So ungern einsetzt und am liebsten leugnend, weil die da oben ja machen, was sie wollen und er damit nichts zu tun hat, dieser Souverän hat Angst. Eine schreckliche Angst vor schrecklichen Entwicklungen. Die Welt könnte noch mehr aus den Fugen geraten, liberale und offene Gesellschaften könnten noch mehr in die Defensive wutschen, die europäische Einigung scheitern, die Zahl autoritärer Regime auf der Welt weiter zunehmen, mit Gefahren für die Pressefreiheit, die Freiheit von Forschung und Lehre, den Rechtsstaat. Aber wer bereitet uns diese Angst? Man muss es offen zugeben, der Souverän. Der Souverän. Hier und anderswo. Dass zur Selbstbestimmung berufen wahlvoll. Dass uns Europäern zu unserem ziemlich einhelligen Entsetzen Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten geschert hat. Dass in Großbritannien mit dem Brexit Europa für Jahre gelehnt und um Jahrzehnte zurückgeworfen hat. Dass uns in Frankreich mit Marine Le Pen bedroht und in mittlerweile zahlreichen Ländern mit autoritären Figuren eingeschüchtert oder zumindest erschreckt hat. Dass in Gestalt türkischer Migranten sogar in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in der eigenen Stadt, an der Verwandlung der Türkei in ein autoritäres, furchterregendes Regime mitgewirkt hat. Prozentual sogar noch stärker als in der Türkei selbst. Da helfen keine Ausreden, keine Verschwörungstheorie und kein schwarzer Peterspiel. Wir haben Angst vor Wahlentscheidungen und Volksentscheidungen. Übrigens sogar die Menschen, deren Wahlverhalten wir fürchten. Die fürchten, dass ihr Versuch scheitert, die Verhältnisse in ihrem Sinn zu ändern. Also aus ihrer Sicht Zuwanderung zu beenden, Grenzen zu schließen, auf diese Weise Sicherheit zu erhöhen und die frei werdenden Mittel für, Anführungszeichen, eigene Leute einzusetzen. Ich kann mich an keine Wahl erinnern, vor der so viel Angst umgegangen wäre. Angst vor der Fehlentscheidung anderer Leute oder Angst davor, dass sie nicht für einen radikalen Wandel zu gewinnen sei. Der Angstgegner sind also Leute wie wir. Nicht Militärmächte oder Geheimdienste, sondern ganz normale Wählerinnen und Wähler. Kann es da Wichtigeres geben, als sich um die politische Kultur und die demokratischen Spielregeln zu kümmern und Überzeugungsarbeit zu leisten, die so viele Jahre sträflich vernachlässigt wurde, wie jeder kontroverse Diskurs auch. Und wie heißt sie jetzt, die Alternative? Natürlich nicht wie die Partei, die für sich in Anspruch nimmt, eine Alternative zu sein. Dafür müsste sie verfassungsrechtlich zulässige Vorschläge machen, deren Realisierbarkeit nachweisen und darlegen, mit welchen Partnern sie dies durchsetzen will. Das tut sie aber nicht einmal in Ansätzen. Sie kann nichts außer hetzen. Ihr primitives Weltbild hat einen dünnen Bock, der an allem schuld sein soll, den Flüchtlingen und jedem, der zu ihm hilft. Zusammenarbeit mit anderen, wie es heißt, Figuren, wird von der AfD ausgeschlossen. Es kann also nur beim Hetzen bleiben, allerdings mit mehr Staatsknete als bisher. Das ist keine Alternative, sondern nur eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass die schlimmsten Fehler und Entgleisungen Europas im 20. Jahrhundert noch einmal wiederholt werden, mit allen verheerenden Folgen für die Menschen dieses Kontinents und diesmal ohne die Ausrede, das habe man nicht kommen sehen können. Nein, die Alternative zum grammatischen Vertrauensverlust des demokratischen Betriebs und zur internationalen echten Gefahr heißt Lust auf Sachpolitik. Statt in Selbstzufriedenheit zu baden, sich moralisch überlegen, zu fühlen oder die Lage mit grandiosen Verheißungen schön zu reden, sollten die politisch Verantwortlichen die zentralen Probleme wirklich benennen. Nicht Alternativlosigkeit predigen ist das Gebot der Stunde, sondern ganz im Gegenteil Alternativen aufzeigen, damit der Bürger wieder ein Wahlrecht hat zwischen verschiedenen Richtungen, nicht nur zwischen verschiedenen Logos und Slogans. Wieder politische Öffentlichkeit vor einer Entscheidung herstellen, damit der Bürger nicht nur Fertigprodukte der EU-Erweiterung, der Bundeswehreinsätze, der Bankenrettung, der Milliardenhilfe oder der internationalen Sanktionen in den Medien serviert bekommt, sondern solche Aktionen als Ergebnis eines öffentlichen Diskurses oder sogar eines Präviszins erlebt. Im Buch führe ich aus, wie das passiert ist mit der Ostpolitik, die in Wahlkämpfen präsentiert und zur Abstimmung gestellt wurde, über die das ganze Volk leidenschaftlich gestritten hat und über die dann mit einer Wahl abgestimmt wurde und jeder wusste, will wählen, heißt die Ostverträge kommen und wenn er keine Mehrheit erhält, gibt es auch keine neue Ostpolitik. Das war ein geradezu beispielgebender Vorgang, wie parlamentarische Demokratie funktioniert. Ich gebe zu, das habe ich bei den großen Debattenthemen der letzten Jahre in dieser Form nicht mehr erlebt. Mühsam errungene Freiheiten sollten verteidigt, nicht zugewanderten religiösen Fundamentalismen oder autoritären Haltungen geopfert werden. Schließlich lernt ständig dazu, aber steigt dabei nicht aus der eigenen Geschichte aus, als sei man im Wahlkampf ein ganz anderer als in den Jahren zuvor. Ein Erlebnis, das man auch in Stuttgart bei jedem Spaziergang haben kann. Man fragt sich, was ihr da versprecht, habt ihr das in der Vergangenheit nicht tun können. Wir erwarten von der Politik, dass sie besser wird, nicht immer nur lauter, giftiger, spaltender Weltfelder. Also müssen wir sie alle gemeinsam besser machen. Also müssen wir uns einmischen, jeder mit seinen Möglichkeiten. Und zwar so, dass dabei Probleme wirklich gelöst und dass Abstimmungen auch respektiert werden. Macht also endlich wieder Politik. Schaffen wir eine politische Kultur, in der wir auch selbst leben wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus